Wo ist das? Gut verstanden, wir kommen. Ab nach Schwaming, dem einen Toten gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe den Notarzt schon angefordert, aber so wie es hier ausschaut, hat das wohl keinen Zweck mehr. Nein, er ist tot. Vermutlich erschossen. Sieht so aus. Wer hat den Toten entdeckt? Die Nachbarin, eine Frau Rosen. Sie sitzt drüben in der Küche. Grüß Gott. Hat man ihn ermordet? Ja. Wer sind Sie bitte? Ich bin Frau Rosen. Ich wohne im Nebenhaus. Ich kümmere mich manchmal um Herrn Marlina. Ich mache sauber und ab und zu koche ich ihm etwas. Wer ist der Tote? Herr Marlina. Albert Marlina. Er lebt allein hier. Ja, allein. Er war wohl mal verheiratet, aber seine Frau ist gestorben. Hat er Verwandte? Nein, weiß ich nicht. Er hat jedenfalls nie jemanden erwähnt. Was macht Herr Marlina beruflich oder hat er gemacht? Er ist Rentner. Er lebt von dem, was er erspart hat. Das war ein Mann, mit dem man sich so gut unterhalten konnte. Wissen Sie, er hatte eine gewisse Bildung. Und Sie hatten Entschlüsse zu seiner Wohnung? Ja, ich wollte gerade was kochen. Ich hatte eingekauft. Und dann habe ich ihn so gefunden. Und dann habe ich ihn so gefunden. Also das Gespräch ist geführt worden, oder es ist nicht zustande gekommen. Hört mal. Die Wiederholungstaste. Polizei-Präsidium. Was? Moment mal. Polizei-Präsidium. Hier ist Derek Mordkommission. Ich rufe von einem Apparat an, von dem ist eben mit Ihnen telefoniert worden. Ein gewisser Marlina hat da angerufen. Was soll das gewesen sein? Naja, vor einer Stunde etwa. Der Name Marlina ist mir nicht bekannt. Aha. Erkundigen Sie sich mal bei Ihren Kollegen, das ist sehr wichtig, ja? Danke. Er ist erschossen worden, als er mit dem Präsidium telefonierte. Oder telefonieren wollte. Er wollte heute früher essen, als sonst. Er wollte zum Hauptbahnhof jemanden abholen. Wissen Sie, wen er abholen wollte? Hat er einen Namen genannt? Nein, aber es muss wohl ein alter Freund sein. Er sagte, dass er ihn lange kennt. Er meinte, er müsste ihm mal ins Gewissen reden. Mehr hat er nicht gesagt. Von wo sollte dieser Freund kommen? Aus Frankfurt. Er wollte so gegen eins am Bahnhof sein. Was ich bin? Naja, nichts Besonderes. Ich bin Krankenpfleger. Das ist harte Arbeit, dann reich wird man dabei nicht. Naja, ich weiß nichts Besonderes. Ich wollte eigentlich Arzt werden, studieren. Ich habe beim Abitur nicht den Notendurchschnitt gehabt, den man dazu braucht. Naja, jetzt muss ich eben warten, bis ein Platz frei ist. Aber jedenfalls bin ich schon mal im Krankenhaus und schnuppere die Luft dort. Aber eigentlich weiß ich es jetzt schon. Was? Sollte ich das nicht schaffen? Ich lerne nicht gut. Ich hatte immer große Schwierigkeiten damit. Nein, nein, lassen Sie doch. Darf ich fragen, was Sie machen? Ich bin selbstständig. Techniker. Kaufmann. Von allem jedenfalls. Und so, dass es reicht. Man muss halt Begabungen haben. Begabung allein reicht nicht, um erfolgreich zu sein. Dazu bedarf es einer besonderen Grundeinstellung zum Leben. Welche sollte man denn haben? Ich kann nur sagen, welche man nicht haben sollte. Jedenfalls der nicht, der erfolgreich sein will. Er sollte nicht zu ehrlich sein. Zu ängstlich. Und er sollte nicht zu viel Respekt zeigen vor anderen. Ich nehme an, Sie wollen allen gefallen. Warum eigentlich? Glauben Sie mir, Sie fühlen sich viel freier, wenn Sie auf das Urteil anderer Menschen über Sie kein Wert legen. Umgekehrt ist es nämlich so. ... ... Musik Darf ich Ihre Papiere sehen? Wir möchten Ihr Gepäck kontrollieren. Offensichtlich Kontrollen. Achtung, eine Verspätung. Würden Sie mal einen Gefallen tun, würden Sie meinen Koffer nehmen, diesen hier. Warum soll ich denn einen Koffer nehmen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie nehmen meinen Koffer und ich gebe Ihnen das da. Das sind tausend Leute. Sollten wir uns nicht mehr treffen. Wie heißen Sie? Seewald, Benno Seewald. Wo wohnen Sie? Tauernweg 4. Sie haben ein Telefon? Ja, wir haben ein Telefon. Die Nummer? 807 4012. Es wird sich jemand bei Ihnen melden. Dann bekommen Sie noch einmal 1000 Mark. Bitte, bitte. Kommen Sie, gehen Sie. Ihre Papiere, bitte. Das ist sie, Sir. Das ist sie, Sir. Herr Kiesing. Ja, bitte. Marina schickt uns. Wir sollen Sie abholen. Unsere Namen haben Sie sicher schon gehört. Liebe. Oh, Frau. Ja, wenn Sie einen Moment warten. Ich habe meinen anderen Koffer einem jungen Mann mitgegeben, weil da am Bahnsteig eine Polizeikontrolle war. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Bitte Reisegang. Ja, wunderbar. Was war denn da gerade los? Wo war los? Ein Bahnhof, Polizei und ein Koffer würden gesucht. Und einer ist getürmt, deswegen kann ich durch den Bahnhof gelaufen. Ich bin gerade erst gekommen. Komm schnell, ich stehe ganz verboten. Okay. Was ist denn das für ein Koffer? Der, der gehört mir nicht. Gehört der nicht? Nee. Ich habe beim Zug jemanden kennengelernt und hat mich gebeten, seinen Koffer zu nehmen. Er wollte mich anrufen und dann den Koffer wieder abholen. Was ist denn das für eine Geschichte? Und der Koffer ist weg? Kein Grund zu besorgen. Er weiß, wer wohnt. Und ich habe seine Telefonnummer. Warum ist Marlina nicht gekommen? Marlina könnte nicht mitkommen. Wie konntest du darauf eingehen? Das ist doch ganz eindeutig. Der Mann hat die Kontrollen gesehen und wollte auf keinen Fall, dass man seinen Koffer durchsucht. Das war ja auch sofort mein Gedanke. Aber der Mann hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns die ganze Fahrt über toll unterhalten. Wer weiß, was da drin ist. Was machen wir jetzt? Er sagt ja, er will den Koffer abholen. Ich habe meine Adresse gegeben. Und meine Telefonnummer. Moment. Moment. Lass uns überlegen. Ja, das wird er sein. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Nicht abheben. Was meinet ich? Der muss doch zu Hause sein. Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht hat er den Koffer aufgemacht. Das glaube ich kaum. Warum glauben Sie das nicht? Weil er ein liebenswerter Dummkopf ist. Dreifach abgeschlossen. Zahlenschloss. Wir sollten die Polizei anrufen. Na komm, Vater. Wen ruft man denn da an? Kriminalpolizei. Lass mich bitte aufheben. Nein, ich bin sicher, das Ganze hat mit einem Verbrechen zu tun. Und ich will nicht, dass Benno damit hineingezogen wird. Es kommt doch nur drauf an den Koffer wieder loszuwerden. Wenn er nicht mehr hat, dann ist doch alles in Ordnung. In Ordnung ist dann gar nichts. Ja, aber wir haben nichts mehr damit zu tun. Ja, bitte? Sind Sie es? Mein Abteilnachbar. Schön, dass Sie jetzt da sind. Kann ich meinen Koffer abholen? Ja, natürlich. Kommen Sie nur vorbei. Wann? Ja, ja, ist gut. Mhm. Wiederhören. Was sagt er? Er sagt, er ist ganz in der Nähe. Er kommt mit einem Wagen, klingelt und dann soll ich ihn den Koffer runterbringen. Ich gehe mit runter. Ich werde mir den Mann ansehen und ihn fragen, was es mit dem Koffer auf sich hat. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ein Taxi. Der Mann ist mit einem Taxi gekommen. Ich gehe runter. Und bitte geh vom Fenster weg. Ich darf mir doch wohl noch ansehen, wie das da unten vor sich gilt. Der Mann bräuch zu sehen. Er muss dann auch wieder weg. Der Mann bräuchte. Der Mann bräuchte, der ich lytte. Ich kann mich auf das Töne sein. Ah, da sind Sie ja. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihnen bedanken, für die Gefälligkeit. Keine Ursache. Wohnen Sie allein? Nein, bei meinem Vater. Hatten Sie Unannehmlichkeiten wegen des Koffers? Nein, nein. Nicht direkt. Aber indirekt? Ja. Mein Vater wollte natürlich wissen, warum Sie mir den Koffer gegeben haben. War ganz besorgt. Wollte schon die Polizei verständigen. Hat er es getan? Nein. Grüßen Sie Ihren Vater von mir und sagen Sie ihm, es handelt sich da um nichts Dramatisches. Kleine Geheimnisse hat jeder, ich auch. Also, nochmals vielen Dank. Sie hatten mir noch was versprochen? Gut, dass Sie mich daran erinnern. Es kann sein, dass mein Vater am Fenster steht. Ich verstehe. Ich nehme an, Sie werden Ihrem Vater nichts davon sagen. Nein, nein. Das würde auch nur seine Fantasie in Gang setzen und das ganz unnötigerweise. Also, nochmals. Vielen Dank. Sagen Sie, darf ich Sie mal zum Essen einladen? Ja. Ich rufe Sie an. Hat er wie gesagt, was es mit dem Koffer auf sich hat? Ja. Er sagt nichts dramatisch, ist ein paar Geheimnisse hat jeder. Ich habe keinen. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten die Polizei verständigen sollen. Was wir ja noch tun können. Aber wieso denn? Der Mann ist in Ordnung. Er ruht wieder an. Er hat mich zum Essen eingeladen. Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Danke. Warten Sie. Ja, bitte. Ja. Danke. Möchten bitte hochkommen. Wiederschauen. Wiederschauen. Bitte. Der Koffer. In Ordnung. Unversehrt. Darf man mal sehen? Bitte. Legen Sie ihn hin. Bitte. Schauen Sie es sich an. So kann ich das nicht beurteilen. Gute Arbeit? Natürlich ist das eine gute Arbeit. Sehr gut. Das Beste, was es zur Zeit gibt, was technisch möglich ist. Der Fehler kann jetzt nur noch im Papier liegen. Keine Sorge. Das Papier ist in Ordnung. Warum ist Malina nicht gekommen? Malina ist tot. Wir waren heute Morgen bei ihm, um Sie zusammen mit ihm abzuholen. Wir haben geleitet, geklopft. Niemand hat aufgemacht. Wir haben es dann etwas später noch mal versucht, aber da war schon ein Polizeihartenberuf. Wir hörten, er ist ermordet worden. Es hieß, er sei erschossen worden. Habt ihr ihn erschossen? Nein. Warum sollten wir? Wir sind doch auf ihn angewiesen. Wir haben großartig mit ihm zusammengearbeitet. Ihm verdanken wir doch, dass wir in die Folie kamen. Die Verbindung zu ihm. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht hatte er immer noch Kontakte zu alten Freunden. Uns hat er mal gesagt, ich, ich werde nicht alt und im Lehnstuhl sterbe ich nicht. Er hatte seit Tagen Angst, schloss sich ein, hat immer erst gefragt, wer draußen ist. Die Frage ist jetzt, ob uns das behindert. Ach was! Alles ist vorbereitet. Wir haben nur auf die Folie gewartet. Es ist eine neue Lage entstanden. Für uns nicht. Der Mord hat rein gar nichts mit uns zu tun. Malina sagte, niemand sei eingeweiht, niemand, der sonst beteiligt wäre. Wenn etwas schief geht, Sie tragen das Risiko. Ich habe die Folie abgeliefert. Haben Sie das Geld? Ja, natürlich. Eine Anzahlung. Wie viel? 50.000. Legen Sie es hin. Hans-Dieter Malina, 63, geboren in Gleiwitz. Mehrfach bestraft wegen verschiedener Delikte. Das geht also von Einbruch bis zu Finanzbetrügereien. Tja, da kommen leicht zehn Jahre Gefängnis zusammen. Wovon hat er gelebt? Mente steht auch hier. Er hat es zu einer kleinen Rente gebracht. Und zu Wertpapieren, also kein nennenswertes Vermögen. Ein Krimineller also, der erschossen wird, also dabei war, mit der Polizei zu telefonieren. Tja. Aber die Frage ist, was wollte er der Polizei sagen? Etwas, was den Mörder veranlasst hat, ihn zu erschießen. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass er jemanden vom Hauptbahnhof abholen wollte, der aus Frankfurt kommt. Der Zug sollte um 13.11 Uhr sollte er eintreffen. Frage, ist der Mann gekommen? Habt ihr den Rundruf schon bekommen, Harry? Was für ein Rundruf? Dann hat jemand angerufen, wegen eines Vorfalls auf dem Hauptbahnhof. Aha, um was geht's da? Um eine Geschichte mit einem Koffer, den sein Sohn für einen Fremden durch eine Polizeikontrolle getragen hat. Aha, was für ein Sohn? Wir wissen auch nicht, um was es sich da handelt. Geht jedenfalls durch alle Abteilungen. Ah ja. Was ist los? Moment mal. Sag mal, wann war das? Gestern Mittag. Wie viel Uhr? Es betraf einen Intercity aus Frankfurt. 13.11 Uhr? Richtig, ja. Das ist allerdings interessant für uns. Ja, Kriminalpolizei, es geht um Ihren Anruf. Aha, also doch, wichtig für Sie, habe ich mir gedacht. Sie sind doch auch der Meinung, dass das gemeldet gehört. Erzählen Sie mal. Ganz ruhig und ganz ausführlich. Benno, dein Vater ist mal bereit. Ich komme sofort. Ja, hallo? Ich kann jetzt nicht weg. In einer Stunde. Ja? Ja, ist gut. Was ist denn? Ich soll nach Hause kommen. Die Polizei will mich sprechen. Er hat die Polizei angerufen. Warum denn? Ich finde es richtig, dass er es getan hat. Damit haben wir doch nichts mehr zu tun. Oh, hallo. Hofer wohnt so lange bei mir. So lange während der Sache arbeiten. Hast du Besuch mit mir? Ich komme sofort. Meine Schwester, wir wohnen zusammen. Ja, aber keine Sorge. Sie liebt Ihren Bruder. Über alles. wirklich keine Gefahr. Hallo. Ist er das? Ja. Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben. Sonst fällt alles auseinander. Mein Bruder ist ganz begeistert von Ihnen. Er sagt, Sie verlieren nie die Ruhe. Ich verliere Sie immer. Verschwind erst mal. Ich ziehe mich an und mache euch Kaffee oder sonst was. Er sieht echt gut aus. Weiß Sie Bescheid? Mein Bruder hat mir gesagt, wenn das alles hier vorbei ist, dann gehen wir nach Italien. Waren Sie schon mal in Rom? Ja. Irgendwo müssen wir das Geld doch ausgeben. Ist Rom der richtige Ort? Ja. Oder Paris? Ja, können wir uns denn die Städte nicht aussuchen? Es gibt immer einen Ort, der an Gefällt. Man muss sie nur finden. So ist es. Weiß Ihre Schwester von der Sache mit Marlena? Um Gottes Willen, nein. Dann sagen Sie ihr auch nichts. Ich habe doch runtergeschaut. Hier, vorm Fenster aus. Ein Taxi. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Ja, es ist möglich. Der Fahrer ist unterwegs. Ich spreche aber vom Peking. Gut, danke schön. Vom Tauernweg zum Parkhotel. Da habe ich Ihnen möglicherweise sehr geholfen. Kann sein, ja. Haben Sie Zeit, mit uns zu kommen? Mitkommen? Wohin? Wie kannst du das fragen, Junge? Du kennst den Mann. Du kannst sagen, das ist er. Ein einzelner Herr. Gestern Nachmittag. Genau. Zwischen zwei und drei. Mhm. Muss ich checken. Moment. Moment. Das ist eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Wie geht's Ihnen? Beides. Es geht mir sehr gut. Ist das der Herr? Ja, das ist er. Darf ich fragen, wer Sie sind? Kriminalpolizei. Ich ahne es. Es geht um meinen Koffer, stimmt's? Ja, wir möchten mit Ihnen über den Koffer sprechen, den Sie diesem Jungen anvertraut haben. Um Ihnen durch die Polizeikontrolle zu bringen. Stimmt's? Ich meine den Koffer. Haben Sie die Polizei angerufen? Nein. Mein Vater war das. Ach, der Vater? Der Vater war es. Na, dann wollen wir Sie mal nachsehen. Gehen wir doch noch nebenan. Bleiben Sie mal hier. Ich bin gestern mit dem Zug aus Frankfurt gekommen. In Begleitung eines sehr sympathischen jungen Mannes. Der junge Mann, der da draußen stand, ne? Ja. Haben uns sehr angeregt unterhalten. Ich hatte einen sehr guten Eindruck von ihm. Und welchen? Gutherzig. Gutgläubig. Versehen mit dem, was man einen anständigen Charakter nennt, unter dem er wohl auch ein bisschen leidet. Ich glaube, keiner ist sich seines anständigen Charakters so bewusst, dass er auch darunter leidet. Nicht immer, aber zuweilen. Ein anständiger Charakter hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, dass er einschränkt die Kraft seiner Fantasie, seinen Einfällen nachzugehen. Lassen Sie es mich übertrieben sagen, ein anständiger Charakter ist zuweilen lästig. Ja, man kommt einfach nicht zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten. Aber das ist ein sehr interessantes Gespräch. Wenn ich es kurz zu Ende bringen darf. Dieser junge Mann nutzt seine Möglichkeiten nicht aus, die er hat. Die jeder hat. Bis auf diejenigen mit dem guten Charakter nicht. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, Herr Derrick. Aber nun zu dieser Koffergeschichte, die ja bei Ihnen auf so reges Interesse gestoßen ist. Ach ja, Sie haben ja diesem netten, sympathischen jungen Mann, haben Sie ja Ihren Koffer gegeben. Ja, natürlich. Wovor hatten Sie Angst? Ich hatte Angst davor, dass man mich bitten würde, ihn zu öffnen. Ich hatte darin pornografische Hefte. Und das wäre mir peinlich gewesen. Eine alberne Erklärung? Nee, die ist so albern, dass sie schon wieder glaubwürdig wirkt. Ich weiß, dass ich Ihre Ironie ertragen muss. Und Sie bleiben bei dieser Erklärung? Ich glaube, Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als Sie zu akzeptieren. Kann ich mal Ihren Pass sehen oder Ausweis? Ja, natürlich. Bitte? Was für einen Beruf haben Sie? Ich habe aufgehört, einem Beruf nachzugehen. Aha, und welchen Beruf haben Sie aufgegeben? Ich habe in vielen Berufen Geld verdient. Und dies auf so angenehme Weise wie möglich. Was machen Sie denn in München? Eine Stadt wiedersehen, die mir gefällt. Ja, natürlich, wenn man selten hier ist, nicht wahr? Haben Sie Bekannte hier? Nein. Nein. Tja. Das war's schon. Und bitte entschuldigen Sie die kleine Belästigung, die ich als solche nicht empfunden habe. Danke. Ja. Vielen Dank. Herr Sebald, kann ich Sie bitte im Moment sprechen? Sagen Sie, was haben Sie mit dem Geld gemacht, das ich Ihnen gegeben habe? Ich habe eine Stereo-Nagel gekauft. Darf ich Sie mal zum Essen einladen? Ja, gern. Wenn Sie jetzt zurückgehen, wird man Sie bestimmt fragen, was wir miteinander gesprochen haben. Sagen Sie einfach, ich wollte Sie zum Essen einladen. Was wollte er denn von Ihnen? Ich bin noch zum Essen eingeladen. So war Nobel. Arnold Kiesing, die ich Ihnen nicht mit dem, der sich nicht mit dem, der sich nicht mit pornografischen Zeitschriften im Koffer erwischen lassen wollte. Der war um seinen guten Ruf besorgt. Harry, frag doch mal nach, in welchen Gefängnissen der gesessen hat. Ich möchte wissen, ob er Marlina kennt. Kiesing. Kiesing ist der Mann, den Marlina vom Bahnhof abholen wollte. Ach, wie sehe ich aus? So, dass es einem Mann, falls er einer isst, die Sprache verschlägt. Was einer Frau wiederum, falls sie eine isst, ungeheuer gefällt. Aber jetzt sagen Sie mal was ganz ehrlich. Ihnen verschlägt doch nichts mehr die Sprache. Mein Bruder sagt, Herr Hofer sagt, Sie sagen, Sie seien eiskalt. Na, jetzt sag du, wie ich aussehe. Wollt ihr ausgehen? Ich habe Kiwi zum Essen eingeladen. Sie und ein junger Mann. Was für einen jungen Mann? Der, der meinen Koffer durch die Polizeikontrolle getragen hat. Warum das? Sollten wir uns jetzt in der Öffentlichkeit nicht ganz zurückhalten? Aber dafür besteht auch für mich überhaupt gar kein Grund. Ist das Grund genug? Ist das ein Falter? Was sagen Sie dazu? Sieht gut aus. Fühlt sich auch gut an. Fühlt sich auch gut an. Ah, da sind Sie ja. Guten Abend, Kiwi. Wer ist es, mein jünger Freund? Dann sei es schon, wie Sie heißen. Oh, Sebald. Benno Sebald. Ich bin Kiwi. Darf ich? Ja. Meistens fragt man mich gleich, was Kiwi bedeutet. Haben Sie einen so verrückten Vornamen jemals schon gehört? Nein. Mein Vornamen ist auch für mich ein Geheimnis. Deshalb frage ich alle Leute, was sie sich darunter vorstellen. Darf ich jetzt auch ihn fragen? Kiwi, bringen Sie unseren jungen Freunden nicht in Verlegenheit. Kommt. Ist das wahr, dass Sie Krankenpfleger sind? Ja, weil ich habe noch keinen Studienplatz. Jeden Tag mit Kranken zusammen sein. Könnte ich nicht. Ich hätte Angst, ich könnte selber krank werden. Verstehen Sie sich darauf, einen Puls zu fühlen? Das ist ja kein Kunststück. Machen Sie. Was? Jetzt und hier? Oder darf man das hier nicht? Warum denn nicht? Könnte ja sein. Ich kenne mich in solchen Lokalen nicht aus. Sie? Ich bin zum ersten Mal in so einem Lokal. Dann tun Sie es. Ach, er kann es. Oder darf man dabei nicht sprechen? Könnte ja sein, dass es nicht gut ist. Alles ganz in Ordnung. Alles normal. Alles? Da sind Sie aber der Erste, der sagt, dass an mir alles normal ist. Das ist ja nicht gut. Was? Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das war's. A reportação vai estar com ele a onde eu vou A reportação vai estar para sempre a onde eu vou Er kann auch tanzen! Er hat nicht ganz aus der Atem gewacht! Habst du sehen? In ihm steckt mehr als er weiß. Hat Ihnen der Abend gefallen? Eine der schönsten, die ich hier erlebt habe. Das hört sich gut an. Steigen Sie ein, wir nehmen Sie mit. Oh, darf ich zu Fuß gehen? Ich hab's nicht weit. Ich brauch noch die frische Luft. Darf ich? Natürlich. Danke. Danke. Ich ruf Sie morgen an. Was haben Sie vor mit ihm? Ja, bitte? Hier ist Derrick. Ich hätte gerne mal mit Ihnen gesprochen. Geht das sofort? Ich komme zu Ihnen. Ja, ich will gerade in die Pinakothek. Vielleicht können wir uns da auch treffen. Natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Guten Morgen, Herr Derrick. Guten Morgen. Gefällt Ihnen dieser Ort? Naja, ich war lange nicht mehr hier. Das gebe ich zu. Ihre Eintrittskarte. Danke. Ich nehme an, Sie haben sich erkundigt, wer ich bin. Ja, das habe ich getan. Wie finden Sie die Szene? Welch? Sie treffen sich hier mit einem Kriminellen, der Sie zu einem Besuch der Pinakothek einlädt, um mit ihm zu sprechen. Ja, über was eigentlich? Sie haben vor zwölf Jahren in Paris im Gefängnis gesessen, zur gleichen Zeit wie ein gewisser Maliner. Dieser Maliner ist nun vor zwei Tagen in seiner Wohnung erschossen worden, kurz bevor er jemanden vom Bahnhof abholen konnte, der mit dem Intercity aus Frankfurt kommen sollte um 13.11 Uhr. Ich bin überzeugt, dieser Mann sind Sie. Ich wollte einen alten Freund begrüßen, der nun nicht mehr lebt, was mir leid tut. Ich mochte ihn. Es legt uns eine Aussage seiner Nachbarin vor. Danach wollte Maliner jemanden vom Bahnhof abholen, um, äh, ja, um ihm ins Gewissen zu reden. Ja, aber das, das sind die Worte der Frau. Aber ich habe doch gar kein Gewissen. Jedenfalls nicht das, was man so im Allgemeinen darunter versteht. Ich habe mir eine andere Meinung gebildet, im Laufe eines Lebens, das sicher nicht Ihren Beifall findet. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Bild zeigen. Ich wollte es mir sowieso noch mal ansehen. Hier ist es. Sie kennen es sicher. Ja, ich kenne es. Es hat mich immer fasziniert. Das Bild. Weswegen? Wegen der sehr einfachen Beantwortung der Frage, was ist böse? Was ist gut? Wie ich sehe, staunen Sie auch auf die Darstellung der Hölle. Warum ist das wohl so? Weil dort unten etwas geschieht. Es ist aufregend. Interessant. Es ist, ja, was ist es? Ist es nicht das Spiegelbild des Lebens? Es ist nicht die Darstellung der Wahrheit des menschlichen Daseins. Das ist es. Genau das. Und nichts anderes. Das da oben. Das Land da im Licht. Im Licht des Guten. Das ist der Traum der Menschheit, mit dem sie sich täglich selber betrügt. Das da unten. Das ist die Wahrheit. Was wollen Sie damit sagen? Die Vergeblichkeit Ihrer Bemühungen. Ja, ja. Das habe ich mir selber schon oft gesagt. So, jetzt habe ich ein paar klare Fragen an Sie, die mit diesem Bild nichts zu tun haben. Warum wollten Sie sich mit Marlina treffen? Was wollte Marlina von Ihnen? Und was war wirklich in Ihrem Koffer? Und warum wurde Marlina erschossen, als er die Polizei anrufen wollte? Sie wissen es. Und Sie wissen, wer der Mörder ist. Ich habe keine Ahnung. Und das interessiert mich auch nicht sonderlich. Die neuen Observationsberichte. Giesing steht ja seit drei Tagen unter Beobachtung. Was er offensichtlich weiß, was ihn aber überhaupt nicht interessiert. Er ist jeden Tag mit dem jungen Sebald zusammen. Er geht mit dem Essen in Discos und da ist immer dieses... Dieses Mädchen. Aber schaue ich ihm an. Ist die nicht süß? Ja. Wer ist denn das? Die heißt Kiwi Liebner. Na? Aha. Wohnt mit ihrem Bruder zusammen. Die haben in Leimne eine Eigentumswohnung. Was macht der Bruder? Tja, der hat einen kleinen grafischen Betrieb. Was Kiesing damit zu tun hat, ist ganz unbekannt. Und Kiesing ist fast jeden Tag mit dem jungen Sebald zusammen. Ja. Und der macht jeden Tag blau. Geht gar nicht mehr arbeiten. Sind Sie so lieb, Benno? Und hol uns eine Schachtel Zigarette. Natürlich, gerne. Mit Filter, bitte. Okay. 100 Mark? Ja. Ich hab's nicht kleiner. Okay. Ein Falter? Irgendwann müssen wir ja mal feststellen, wie gut sie sind. Ja. 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 Ich hab' jetzt nichts krank. Es gibt nichts mehr. Ich hab' jetzt mal festgestellt. Was ist denn? Hast du keine lust mehr? Es ist alles so komisch plötzlich. Komisch? Wie auf den Kopf gestellt. Gold, gib mir mal deine Hand. Wozu denn? Ich will mal deinen Puls fühlen. Trinken wir noch ein Glas zusammen? Oder bist du müde? Überhaupt nicht. Na komm, leg ab. Mach's dir bequem. Dein Leben hat sich ganz schön verändert. Das kann man wohl sagen. Und? Gefällt's dir? Und wie? Was? Bitte? Was gefällt dir? Ja, einfach das andere Leben jetzt. Es ist größer, interessanter. Freier. Das liegt natürlich auch am Geld. Man muss genug davon haben. Sag mal, hattest du Schwierigkeiten beim Bezahlen mit dem 100-Mark-Schein? Schwierigkeiten? Nur wieso? Der Schein war falsch. Der war falsch. Keine Sorge. Eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Völlig risikolos, so einen Schein einzuwechseln. Ich habe übrigens die Druckfolie besorgt. Sie war in dem Koffer, den du durch die Polizeikontrolle getragen hast. Also. Auf dein Wohl. Hm? Sag jetzt nichts. Ich merke, bei dir da oben spielt sich was ab. Das soll es auch. Darf es ruhig. Komm. Ich zeig dir was. Das sind 10.000 Mark. Nimm's. Na komm, bestick's ein. Mach damit was du willst. Es gehört dir. Ein Dank an dich. Auch ich empfinde diese Tage als Bereicherung. Henno! Na, Moment! Warum schließt du dich denn ein? Ist ja ganz was Neues. Solange du hier wohnst, bleiben die Türen offen. Und wenn ich hier ausziehe? Herzlich willkommen, Kevin. Darf ich ihm was bestellen? Nein, nein, nein. Ich wollte Sie jetzt nur treffen, um Ihnen etwas zu sagen. Oder um mir eine Frage zu stellen. Ja, aber bitte. Setzen Sie sich. Ich darf nicht. Also. Was gibt's? Warum tun Sie das? Warum ziehen Sie ihn da mit hinein? Aber es ist doch sehr interessant zu sehen, wie so ein junger Mann reagiert. Übrigens in seinem Alter habe ich mich genauso verhalten. Es ist nichts Besonderes dabei. Sie leben doch auch vom falschen 100-Mark-Schein. Wo ist er jetzt? Wir treffen uns im Hotel. Da bin ich. Wollen wir was trinken? Die Sachen stehen dir. Sie kleiden ihn, ne? Machst einen guten Eindruck auf mich. Und wohl auch auf andere. Aufgeregt? Das ist gut so. Aufregung erhöht den Lebensgenuss, auf den es ja ankommt. Wie viel hast du eingewechselt? 3.000 Mark. Schwierigkeiten? Ich glaub keine. Na, bravo. Sie weiß Bescheid. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie Sie sehen, bin ich pünktlich. So wie die Vorladung es will. Nein, danke. Stehe. Ich bin Vorladungen immer gefolgt. Und zwar auf die Sekunde. Weil ich neugierig bin, was man von mir will. Aber streichen Sie alle Fragen nach Marina. Der Mann ist tot. Ein Toter zählt nicht mehr. Ich hab's ja soeben mit einem Lebensgesetz bekannt gemacht. Was machen Sie mit dem jungen Siebald? Mit dieser Frage? Keiner anderer? Keiner anderer. Ich wiederhole die Frage. Was machen Sie mit dem jungen Siebald? Sie laden hinein Tag für Tag. Sie führen ihn in teure Lokale. Offenbar versorgen Sie ihn auch mit Geld. Er kleidet sich anders. Er vernachlässigt seine Arbeit. Sie verändern ihn. Und da Sie nichts ohne Absicht tun, frage ich Sie warum. Ich verändere ihn? Zu seinem Nachteil. Schauen Sie. Was die Veränderung von Menschen betrifft. So kann man erstens niemanden gegen seinen Willen verändern. Zweitens wird nur offengelegt, was in ihm ist. Das kann Ihnen doch nicht so fremd sein. Damit haben Sie auch täglich zu tun. Sie wollen mir etwas beweisen. Gut, was? Aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Die Hölle, Herr Derick. Die Hölle ist die Wahrheit. Und das bedeutet, Verbrechen sind normal. Sind naturgegeben. So ist das. Heterik und nur so. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Sie können gehen. Sie sehen, ich habe zu tun. Versprechen Sie nicht zu viel. Welche Beziehung besteht zwischen Ihnen und Kiesing? Hm? Sie sind ja fast jeden Tag mit ihm zusammen. Ich kenne ihn, weil mein Bruder ihn kennt. Und? Woher kennt Ihr Bruder diesen Mann? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer dieser Mann ist, wo er kommt, was er macht, welchen Namen, welchen Ruf er hat, wissen Sie nicht, ne? Nein. Sie haben auch keine Ahnung? Nein. Dieser Mann ist ein international bekannter Krimineller, ein Großbetrüger, der jede Menge Vorstrafen hat. Haben Sie das gewusst? Nein. Haben Sie das gewusst? Nein. Er hat Verstand, er ist intelligent, hochintelligent, er ist gebildet, hochgebildet. Er hat Manieren, er kann sich benehmen, er ist überaus freundlich und höflich und liebenswürdig. Aber er hat keine Beziehung zur Moral. Er akzeptiert sie nicht einmal. Warum befasst er sich mit Ihnen? Warum ist dieser Mann fast jeden Tag mit Ihnen zusammen? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Er bringt Sie aus dem Gleichgewicht. Und er freut sich zu sehen, dass ihm das gelingt, er verändert Sie. Sie. Und auch Sie. So, jetzt frage ich Sie. Was bedeutet Ihnen dieser junge Mann? Und? Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? Und was glauben Sie, welche Rolle spielen Sie für Kiesing, einen Mann, der nichts ohne Grund tut, der nichts ohne Absicht tut? Und wenn Sie beide als Menschen ohne jede Bedeutung sind? Jetzt denken Sie mal darüber nach. Gehen Sie jetzt. Da ist gerade eine Meldung reingekommen vom BKA. Sie betrifft Kiesing. Was ist mit Ihnen? Kiesing ist todkrank. Er hat kein halbes Jahr mehr zu leben. Kein halbes Jahr mehr zu leben? Kann auch weniger sein. Kann auch weniger sein. Der Mann wird sterben. Er wird bald sterben. Was er weiß, was er natürlich weiß. Und wenn er es weiß, was bedeutet das für ihn? Harry, das ist so etwas wie ein Schlüssel? Um ihn zu verstehen, also sein Benehmen, sein Verhalten und ... Das Bild der Höllensturz. Er sucht eine Rechtfertigung für sein Leben. Für sein Leben, das nun zu Ende geht. Ich hab' dich gleich gern gehabt. Vom ersten Augenblick an. Nicht in der ersten Sekunde. Aber in der zweiten. Erst dachte ich, wie bringt er denn da an? Doch als du sagtest, Krankenpfleger, da passiert etwas mit mir. Da passiert etwas? Irgendwie ... Da hatte ich eine Vorstellung, dass ich in einem Bett liege und Hilfe brauche. Hilfe? Ja. Irgendwie braucht doch jeder Mensch Hilfe. Das Gefühl ist eigentlich immer da. Mal mehr, mal weniger. Dass man Hilfe braucht. Davon rede ich doch. Und dann sagte ich, ob du mir den Puls fühlen kannst. Du hast es getan. Und als du meine Hand hieltest, da ... Da? Da war es passiert. Es macht Spaß, das alles zu sehen. Und es sich zu wünschen. Man wünscht sich immer etwas. Du dir auch? Ja. Wünsche hab' ich auch. Ist ja ganz natürlich, dass man Wünsche hat. Gefällt dir das Kleid da? Mhm. Ich hab' mich immer gern gesehen. Ganz elegant. Sodass jeden die Spucke wegbleibt. Und denkt, Hallo, wer kommt denn da? Und ich an dem Typen vorbei. Ganz lässig. Als seh' ich ihn gar nicht. Ich möchte gerne reisen. Du auch? Klar. Möchte ich auch. Hast du ein Land, wo du besonders gerne hin willst? Ich hab' mal ein Bild gesehen. Von der griechischen Insel. Wird mir gefallen. Ja. Eine Insel wäre schön. Komisch, dass du Insel sagst. Ich hab' mir auch immer eine Insel vorgestellt. Jetzt. Ja. Gehen wir. Das da ist Falschgeld. Das da ist Falsch. Da kommt auf. Das ist Falschbelast. Weitere Musik. Halt in Bewegung, Polizei! Inrein! Waffen fallen lassen! Und Hände hoch! Und? Es geht nicht um Geldfälscherei. Sie sind hier bei einer Mordkommission. Es geht um Mord! Wir kannten den Mann, ja. Sie werden herauskriegen, dass er uns das Papier besorgt hat. Aber wir haben ihn nicht umgebracht. Geben Sie sich keine Mühe. Das werden Sie niemals beweisen können. Werden wir nicht. Nein, werden Sie nicht. Warum sollten wir den Mann umbringen? Geld? Das hat doch keine Rolle gespielt. Davon hatten wir ja mehr als genug. Also, warum sollten wir ihn umbringen? Was ist los? Soeben hat Ihr Kollege gestanden. Kommen Sie mir nicht mit diesem alten Trick. Er hat auch gesagt, warum Sie ihn erschossen haben. So? Warum denn? Weil er die Polizei anrufen wollte. Du Idiot! Du verdammter Idiot! Dein Nervs! Na gut. Hat er keinen Sinn mehr. Hat gar keinen Zweck mehr. Kann ich was zu trinken haben, bitte? Was wollen Sie? Ein Glas Wasser? Ein Glas Wasser? Ja, Sie wollten was zu trinken haben. Nein. Nein, danke. Lassen Sie ihn. Ich gebe zu. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass die beiden Sie aufsuchen. Also, die beiden jungen Leute, Sie aufsuchen. Sie wollten mir etwas vorführen. Die Allgegenwärtigkeit der Kriminalität, die Verführbarkeit von Menschen. Jetzt halten Sie dieses Experiment für uns glückt. Glauben Sie mir, dieser Junge, der da plötzlich Angst bekommen hat, der macht die Welt nicht besser. Sollten Sie diese Hoffnung haben, begraben Sie sie. Und noch etwas. Ich werde nicht lange im Gefängnis bleiben. Ich weiß, ja. Sie sind krank. Sie werden sterben. Und jetzt quält Sie der Gedanke, dass Ihr Leben ein Irrtum gewesen sein könnte. Die Zeit haben Sie noch, sich die Frage zu beantworten. Ich bin der Weg. Ich weiß, dass ein Siegیاhen wird. Musik Musik Musik